Hallo, ich bin Thomas Plaue, Master of Whisky und heute hier bei der Barkeeper Ausbildung, um ein bisschen was über Whisky zu erzählen. Whisky für mich ist einfach eine ganz spannende, eine der spannendsten Spirituosen überhaupt, mit einer sehr langen Geschichte vor allem auch. Mein Lieblings-Whisky tatsächlich ist Taliska seit vielen Jahren und ich persönlich trinke Taliska am liebsten aus dem Nosing-Glas, weil es unten ein bisschen Volumen hat, geht oben nachher zusammen, hält die Aromen im Glas und man kann ihn hier schön unter der Nase nun herzirkeln und die Aromen aufnehmen, aber im Endeffekt kann jeder seinen Whisky trinken, wie er mag, zum Beispiel auch als kleines Top-up für einen wunderbaren Tanquerade Tonic. In diesem Sinne, Slante!